Nur in meinem Kopf. Ein Song, bei dem es um Fantasie geht. Natürlich total oberflächlich. Positive Dinge, ein kleines bisschen Weltverbesserungstum, so wie sich eigentlich jeder Mensch gerne sieht, im positiven Licht. Und natürlich auf einem textlichen Niveau, dass es auch der letzte Hauptschulabbrecher noch versteht. Langweilig und belanglos ohne Ende. Da sind aber in eben diesen Köpfen, die sich so für toll und schön und gut Menschen halten, menschliche Abgründe herrschen, Gewalt, Elend und Verderben, kein Wort darüber. Doch die Welt wird schon seit tausenden von Jahren ins widerwärtige Verderben gestürzt. Und das heute immer noch. Ein wirklich großartiger Text hat einen richtig großen Song. Könnte sowas thematisieren. Ein Burani kann das natürlich nicht. Weil es einfach ein Lied ist, womit sich Leute identifizieren sollen, was sie kaufen sollen, wo sie sich toll fühlen sollen, weil man nur damit Geld verdient. Künstlerisch völlig belanglos. Und ebenso belanglos ist die Umsetzung der Prinzen. Also langweiliger geht es ja gar nicht. Ich meine, das Original ist ja jetzt auch kein Popmeisterwerk. Wie der Burani schon selber gesagt hat, er macht Popmusik. Drei Akkorde. Also nicht mal vier Schafter. Drei reicht schon. Vielleicht wird es auch später noch auf zwei reduziert. Man weiß es nicht. Nicht zu kompliziert. Okay, Spaß beiseite. Aber das hatte so einen Ohrwurmcharakter. Das reißt mit da. Hört man in gewisser Weise hin. Auch wenn es jetzt nicht so ein anspruchsvolles Lied ist. Aber die Prinzen langweilig ohne Ende umgesetzt sind. Das war wirklich scheiße. Das war wirklich einfach scheiße. Und ich frage mich wirklich noch, was machen die mit ihrer Stimme? Da ist irgendein Stimmverfremdungsgerät am Werk. Welches? Hm, wer weiß das? Und warum das gemacht wird, sollte sich vielleicht jeder selbst fragen. Kurzum, so tolle Musik, wie man da immer so hinstellt. Hm, ist das schlichtweg nicht.